Herzlich willkommen Leute zu diesem Video Conner mistet aus. Ja, es ist wieder soweit, ich muss 4er und 3er loswerden. Warum? Weil ich so richtig, ich bin so richtig levelaggressiv. Ja, ich bin levelaggressiv und das heißt, ich will so richtig durchstarten und ich habe wahnsinnige 10 Plätze am Start und ich habe mal angefangen ein bisschen loszuleveln und habe festgestellt, das stresst mich hart und weil mich das hart stresst, machen wir das nicht mehr. Ja, also schmeißen wir ein paar raus und ich nehme euch mit, warum ich welche rausschmeiße. Los geht's. So, wir haben mal ein Lelefon hier mit ranholen. Oh, ich habe da so eine Kacksträhne. Was ist denn das? Ja, aus dem einzelnen Haar, was ich hier eingebunden habe. Oder dazwischen, das ist alles weggejaggen. Naja, man wird nicht jünger, ne? Man wird nicht jünger, was soll ich sagen? So, don't live, don't live. Sehr gut. Lasst uns starten. So, was ist das Problem? Ich habe vor, ein paar Helden zu leveln. Das ist an sich nicht das Problem. Ja, das Problem ist, wenn du wenig Plätze hast, das ist scheiße. Ich habe in letzter Zeit ein paar 4er bekommen, die, also wo man jetzt bei Portalen, wo ich sonst nicht beschworen habe, erstmal grundsätzlich aufhebt und sich die dann mal in Ruang guckt oder irgendwas, ne? Auch 3er und so. Und ich bin ja jetzt nicht der große, weiß ich nicht, also ich stresse mich jetzt nicht wegen 4er-Turnier und 3er-Turnier. Von daher bin ich da relativ entspannt, was das Ganze angeht. Weil irgendwie, weiß ich nicht, so für die Top 5 Prozent meistens reicht es irgendwie trotzdem. Auch mit meinen Borkenhelden, die ich habe. Also muss ich Platz generieren. Und da man 3er und 4er regelmäßig, wenn man beschwört, ja trotzdem immer wieder mal bekommt, bin ich da also nicht ganz so traurig, wenn das mal nicht klappen sollte oder wenn die mal kurz nicht da sind. Ja, weil aktuell level ich eh keine. Also ist es auch Wurst. Könnte ich auch alle rausschmeißen, macht aber keinen Sinn. Weil manche sind ja doch cool. Ja, und wir gucken uns jetzt an, was ist cool oder nicht cool. So, und wen schmeißen wir raus? Denn wir brauchen Platz. So, 5er schmeißen wir logischerweise nicht raus. Äh, ein Sturmfang natürlich auch nicht, der gelevelt ist. Ja, also eher die Gelevelten, eher nicht. So, Alexandrin auch nicht. Dann kommen wir hier unten an ein paar gelevelt. Ich habe zum Beispiel Rockermusch gelevelt. Ja, das ist auch so wirklich... Boah, also was mich da geritten hat, das... Wiss ich nicht. Habe ich aber gemacht. Oh, meine Frau kotzt gerade ab, weil sie hat Rockermusch, ja, voll bewappnet. Weil sie muss mit dem sogar teilweise spielen. Ja, du kannst mal sehen, so arm dran ist. Aber jetzt schreibt mir nicht gleich wieder in die Kommentare, dass ich mehr Kohle freimachen muss, ja. Entspannt euch. Ja, Budget wurde erhöht. Ja, 2 Euro mehr im Monat. Seh's zu, ja. Wenn du ein gutes Angebot kriegst, sind die 3 Beschwörungen. So. Nicht? Doch. So. Weiter geht's. Mensch, hör auf jetzt hier. Ja, so. Dann geht's schon los, ja. Jetzt geht's schon los. Jetzt kommen so langsam die angelevelten Vierer. Zilalei. Ja, Zilalei mit dem Außenschild runtergedönst. Das finde ich eigentlich ganz witzig, ja. Und Zilalei hat ja hübsche Beene und deswegen behalten wir die. So. Melendor Nummer 2. Einmal Melendor hab ich ja. Ich hab immer gesagt, Mensch, na, machst du mal einen zweiten. Wer weiß, ob du nicht mal einen zweiten brauchst. Ich glaube, der keimt jetzt schon seit wirklich Ewigkeiten bei mir rum. Von daher, der geht erstmal weg. Also, ein Melendor wird dir permanent hinterhergeschmissen. Und wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, ich müsste mal einen Melendor machen, dann wird einer kommen, ja. So. Die Dreier, die wir alle fertig haben, lassen wir natürlich auch drin. Wäre ja Quatsch, wenn wir die rausnehmen. So. Jetzt geht's los mit Fünfern. Die lassen wir selbstverständlich auch drin. Egal, ob wir sie leveln würden oder nicht. Weil das würde dann der Soul Exchange klären. So. Ah, hier haben wir schon. Hier geht das schon so los. Hier auch so. Hier so ein Anton. Ja. Ja. So. Anton, habe ich ja eigentlich gedacht, ist ein richtig cooler Held. Ja. Weil Anton ja auf alle geht. In sechs Steinen. Ne. Aber jeder Trepp hat eine Genauigkeit von 60%. Und da ist mir aufgefallen, nicht bei mir. Ja. Ich habe mit dem mal ein bisschen experimentiert, wo ich den bekommen habe. Und musste feststellen, das hat irgendwie so gar nicht gefetzt. Ja. Der haut immer daneben. So. Das Einzige, was halt cool ist, ne. Er hat eine Chance, wiederzubeleben. In der zweiten Stufe. Das sind neun Steine. Das ist natürlich schnell, wa. Jetzt, wo ich's lese, finde ich's irgendwie schon wieder geil. Ne. Die zweite Stufe, scheiße. Ja. Ja. Ne, den behalten wir mal noch. So. Langohrjack im Kostüm. Den behalte ich einfach, weil ich den cool finde. Ja. Den finde ich einfach cool. So. Shark High, äh, behalten wir, ne. Für einen Titty. Den muss ich auf jeden Fall leveln. Weil ich bin wirklich beim gelben Titty mit einem lila Team. Ich bin so lust, Alter. Wirklich. Also, ekelhaft. Ja. Mit Items und so geht's einigermaßen. Aber wirklich, ich bin da schlecht. Von daher wird mich wahrscheinlich der High High, ähm, mir weiterhelfen. Von daher behalten wir den. Ich hab den einmal verfüttert. Ähm. Ja, weil einmal reicht mir. Ja. Passt. Ich will beim mythischen Titan nicht Platz 1 sein. Von daher, alles entspannt. So. Mullgok. Ja. Den ich ja beim Beschwören aus Versehen Mulldog genannt habe. Ja. Leider zum Hund gemacht habe. Den Fischkopf. Ähm, der ist ja neu. Und, äh, füge dem Ziel 195% Schaden zu. Der kriegt ja noch ein bisschen mehr, ne. Durch die Spezialfähigkeitsstufen. Kennt ihr alle. Brauch ich euch nicht erzählen. Und reduziert das Mana vom Ziel. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und das vor allem nach sechs Steinen. Von daher behalte ich das mal. Könnte ich mir vorstellen. Kann man auch ganz cool vielleicht mit, äh, Catman im Doppelkostüm spielen. Der geht ja auch auf drei. Finde ich eigentlich ganz fett. So. Dann aber Kitty. Ja. Kitty haben viele gesagt. Und, ne. Und, also, Kitty kann man spielen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Verstärkt das Leben und so. Über Zeit. Aber ich bin der Meinung, ich brauche Kitty nicht zweimal. Das hat den Hintergrund. Ich habe Riga zweimal fertig. Mit Kostüm, mit Wappen und alles. Ne. Einmal mit Kostüm. Also mit Doppelkostüm. Einmal mit normalen Kostüm. Ähm. Ähm. Ich habe auch Annabelle zum Beispiel, ähm, fertig und spiele die nicht. Ja. Also, eine Kitty reicht, ne. Jeder braucht eine Kitty, aber nicht gleich zwei. So. Weiter geht's. Voluptas. Allein der Name ist Programm. Also eigentlich müsste man Voluptas behalten, weil das Bild ist besonders fetzig. Und, ähm. Ja. So. Vernichtet alle Gegner des Wirkers und seiner Verbündeten in der Nähe. Und heilt, ne. Also, der Vierer macht halt Feinde weg. Das ist an sich ganz cool. Ich wüsste aber nicht, wann ich jemals das die leveln würde. Ich einfach... Die steht da auch jetzt schon ewig. Also, ne. Machen wir weiter. Vilirius, ähm, ja. Mittel, Ziel und Benachbarte, Spionfeind... Boah, macht eine ganze Menge, ja. Macht eine ganze Menge. Boah, boah, tue ich mich schwer, ja. Macht eine ganze Menge, ne. Also, du sagst, der Spionfeind, die Heiler, die wir kennen, am Ende ist zugestiehlt, der Spionfeind einem Bamban-Boni-Verszielz und gibt diesen Charakter einem anderen Team. Das ist wiederum cool, ne. Boni-Stehen ist cool, von daher, das lassen wir mal drin, ne. Den lassen wir mal. So. Itam, ja. Und Zac Efron. Den haben wir ja neu. Und auf drei Schaden und sowas mit, äh, Boni-Immunität, das find ich geil, den behalten war. So. Ao-Tap. Also, Ao-Tap hab ich jetzt schon so lange, Ao-Tap geht raus. Der wird doch immer wieder, Ao-Tap kommt weg. Ja. Argus. Füge dem Ziel und Benachbarten würden, ja, pfff, ja, zweite, dritte Mana-Aufladung, noch fünf Mana-Aufladungen. Ne. Ne. Kann ich nichts mit anfangen. Was ist ein Cupcake? Stiehlt dem Ziel Lakaien. Füge dem Ziel 365% Schaden zu. Das Ziel kann für vier Runden neue Lakaien widerstehen. Hm. Mittel. Mittel, Mittel, Mittel. Und... 365% Schaden in der ersten Stufe. Das ist eigentlich ganz nett. Ja. Wo kommt denn die Alte raus? Die Katze. Die wird bei 400 ungefähr rauskommen, wa? Woher? Hm? Lassen wir mal. Widow. Sehr schnell. Widow ist sehr schnell. Füge dem Ziel 230% Schaden zu. Das Ziel nimmt Gift Schaden. Also ein sehr schneller Held im Vierer-Bereich geht nicht raus. Kannst du vergessen. Behaltig. So. Garyas. Ein Barde. Füge dem Ziel 295% Schaden zu. Mittel. Verändert die Steigerlei-Schilde. Bla, bla, bla. Gibt Mana dazu. Okay. Ja, Barde ist natürlich cool, weil beschleunigt deine Helden, ne? Aber... Nee. Na. Na, wir lassen ihn erstmal drin. Mahigang. Hab ich das richtig ausgesprochen? Mahigang. Mahigang. Mittelziel 245. Benachbarter geringeren Schaden. Knochenfeind. Könnte man mit Gormick kombinieren. Geschwindigkeit wäre gleich. Ja, lassen wir mal drin. Annabelle Nummer 2 geht raus. Weil ich spiele die erste schon nicht. Da brauche ich auch keine zweite. So, Azmiya, ja. Azmiya. Die konnte ich damals schon nicht leiden. Ja. Auch den Namen nicht. Die kann ich bis heute nicht leiden. Ich hab die auch nicht gelevelt. Ich weiß, viele finden die total geil. Ja. Auch mit ihrem Heilen und Reflektieren. Und hast du nicht gesehen. Ich mag die nicht. Deswegen geht die raus. Ja. Deswegen geht die raus. So. Meliki. Ja. Meliki. Meliki. Lecki, lecki, ja. So. Meliki ist ja gerade mit Kostüm unterwegs, ne? Hm. Und wir werden ja auch noch beschwören irgendwann. Ähm. Da werden wir bestimmt Meliki im Kostüm bekommen. Also kann die erstmal weg. Und wenn wir sie nicht bekommen, dann wollte ich sie eh nicht haben. Weil wenn, dann will ich sie nur mit Kostüm. Ptolemy. Ptolemy. Haben wir Ptolemy eigentlich schon einmal fertig? Ich hätte gesagt, ich habe Ptolemy schon einmal fertig gebaut. Gesundheit, Alfred. Nee. Hier ist kein Ptolemy. Hätte ich gedacht. Na, dann müssen wir so ein Ptolemy behalten. Weil Ptolemy, sagt der Name schon, ist toll. Ja. Deswegen habe ich ihn auch noch nicht gelevelt. So. Äh. Lemminkainen. Ja. Wir sind angekommen ins Murderbred. Äh. Füge dem Ziel 250 benachbarten wieder geringe Schaden zu. Und noch ein bisschen Brand gibt es oben drauf. Ja, würde ich erstmal behalten. So ein bisschen wie bei Mahi Gang. Ja. Ähm. Und dann müsste man mal gucken, wen man davon macht. So. Zabok habe ich einmal fertig. Glaube auch mit Wappen vollgestopft. Äh. Äh. Dass man mal einen hätte, der eventuell, ähm, zum einen dieses Wiederbeleben, ne. Äh. Abmindert. Aber vor allem, ähm, auch als Bade wieder beschleunigt, ne. Den könnte man eventuell mal spielen. Müsste ich mir mal Gedanken machen. So. Zua Jung. Nee. Zua Ju. Hä? Ju. So. Mittel. Füge dem Ziel 320 Soldaten. So Soldat. Und brr, brr, brr. Nö. Nö. Einfach nö. Auf einen. Und ja, machten Wu Soldaten. Ja, für jeden Verbündeten. Aber nee. Wüsste nicht, wann ich den leveln soll. So. Den fand ich ja damals ganz cool, ne. Füge dem Ziel 205 Schaden zu. Wenn das Ziel Boni hat und getroffen wird, greift es einen anderen Gegner mit Boni an. Ja. Das finde ich ja eigentlich ganz geil. Das finde ich ganz cool. Das finde ich bis heute noch cool. Ich hab ihn immer noch nicht gespielt, aber das finde ich bis heute cool. Ja. Von daher behalten wir ihn mal. So, Dondre. Einen haben wir fertig mit Break. Einen behalten war. Wer weiß, was mir demnächst einfällt. Und einer geht raus. So. Orla. Orla will ich behalten, weil ich finde, Orla macht ganz schön Rabatz. So. Tetuk. Das ist eigentlich mit dem Schweigen ist das auch ganz cool. Auch wenn ich den immer noch nicht gelevelt habe. Aber wer weiß, Tetuk kriegt bestimmt bald ein Kostüm und dann ist er noch cooler. Ja. Also behalten wir den mal. Können ja nicht alle wegfeuern. So, der nächste Töterheld hier. Schaden bei allen. Feind. Ja, aber halten wir mal. Wer weiß. Vielleicht mal in Kombination mit Orla oder so. So Eichelborg wegen Deathdown und sowas. Und schnell. Machen wir mal. Lassen wir mal. Wilbur Nummer 2. Wilbur Nummer 2 geht raus. Ich spiele den ersten schon nicht. Was willst du denn mit dem zweiten? Ja. So. Gaffar. Gaffar. Wer doll ist nicht, ne? Aber Jabba ist noch beschissener. Dann nehmen wir Jabba raus und Gaffar bleibt. Atme. Und ein Kostüm von Akwe hätten wir auch. Na gut, weil wir das Kostüm haben, bleibt der. Gardirius bleibt auch, weil wir ein Kostüm haben. Eine Gretel, finde ich, muss man irgendwie behalten, auch wenn ich sie nicht spiele. Genauso wie ein Wächterschakal. Weil den Wächterschakal habe ich ja gefühlt Jahrzehnte nicht bekommen. Und erst als ich ihn nicht mehr brauchte, habe ich ihn bekommen. Was aber raus kann, ist ein Sir Lancelot. Der kann weg. Weil ich brauche diese Angriffsverstärkung und sowas nicht, weil ich halt auch einfach beim Event und so jetzt nicht übel durchdrehe. So, das waren die Vierer. Jetzt kommen wir mal zu den Dreiern. Ja? Felton. Habe ich ja neu dazubekommen. Ja? Schnell. 320 Schaden auf alle. Immer ungelevelt. Ja, ist klar. Zusätzlicher Schaden, wenn das Ziel überverstärktes Leben verfügt, das ist auch gut. Alle Gegner werfen drei Züge lang Status-Effekt-Boni auf einen zufälligen Charakter des gegnerischen Teams zurück. Was? Alle Gegner werfen drei Züge lang Status-Effekt-Boni auf einen zufälligen Charakter des gegnerischen Teams zurück. Ja? Boah, ist das eine doppelte Verneinung? Also, der Gegner wirft einen Boni zum gegnerischen Team, was ich dann wäre. Richtig? So sehe ich das. Und der Wirker regeneriert auch noch. Und das sind schnell. Das finde ich cool. Den behalten wir zweimal. Ja? Jaco. Jaco ja neu. Stiehlt Mana vom Ziel. Ja? Ja? Nee, also Jaco bleibt. So, Planschku. Ja, Planschet. Die alte Planschku. Schnell. Zerstört Lakai. 350 Schaden und regeneriert. Figured. Behalten wir zweimal. Roxy. Ziel 140 Schaden. Drei Züge lang. 28% des Schadens, den alle Verbündeten erhalten. Das ist natürlich ganz witzig. Das ist so ein bisschen wie, ähm... Wie heißt der blaue Fümber, Mann? Von der Allianz-Quest. Ihr wisst, wen ich meine. Quinten. Ja? Wie Quinten ist das so ein bisschen? Das ist eigentlich cool. Scheiße, ich muss mal Dreier leveln. Sarola habe ich einmal fertig. Habe ich überlegt. Wäre vielleicht cool, wenn man die im Doppelwopper spielt. Aber... Nee. Dafür spiele ich zu selten. Einfach massiv mit drei Sterne. Ja? So. Basile. Alle Hellen teilen sich den erlittenen Schaden. Alle Verbündeten erhalten Verteidigung hoch. Äh... Ja, nee. Denn langsam und alles... Nee. Edeleide. Ist das ihr Ernst? Edeleide? Ja? Edeleide heilt alle Verbündeten um 19% und ein gelber Heiler finde ich gut. Das mit dem Angriff verstärken bei ihr finde ich auch gut. Das mit der Ungenauigkeit finde ich scheiße, weil das erinnert extrem an Wukong. Aber sie heilt erst mal. Das finde ich gut. Deswegen bleibt die drin. Dawn. Lakai. Ja. Nö. Wie gesagt, der ein oder andere wird mich hassen, weil er halt Events spielt und bei Turnier ganz hoch dabei sein will. Aber das ist mir gar nicht so wichtig, ja. So, sie macht jetzt sie hier. Ja, mit Knochenfeind. Auf drei. Mittel. Nö. Basta. Basta habe ich ja gehört. Musste haben, falls du Events spielst. Also bleibt Basta natürlich drin. So, Dante. Ja, nee. Also, selbst wenn der die Spezialstufen hochkriegt, ne? Dante macht zwar Schaden auf alle, aber es tut einfach nicht weh. Das lassen wir. Rufus. Der alte Goethe. Bei allen Schaden, Dings, Dings, Dings. Nö, hört sich nicht cool an. Kommt weg. Budatin. Budatin. Der alte Gargoyle. Ne, verändert hier nur Schilde und macht sonst nichts weiter. Auch sowas habe ich keinen Bock. Ja, also wenn ich dann schon mit Dreier spiele, dann muss es auch wenigstens voll in die Fresse geben. Ja, also hier nur so Steinschilde verändern. Das ist nicht meins. So. Heiler in Lila brauchen wir nicht. Haben wir mehrere. In 3-Sterne-Bereich. Brauchen wir nicht. So. Entfällt Boni von allen Gegnern. Das ist ganz cool. Verursache 130 Schaden bei allen Gegnern. Das ist auch ganz cool. Da kommt ja noch ein bisschen was dazu. Obwohl, so cool ist es auch nicht. Sind halt auch, wenn man weiß nicht, was werdet werden am Ende. 160 Prozent oder so. Alle Gegner sind für 4 Runden immun gegen neue Status-Effekt Boni. Das ist wiederum geil. Also Boni wegnehmen und Immunität gegen Boni. Das kann man mal machen. Soroka. Soroka ist mittel. 200 Schaden. 10 Prozent Schaden zu jedem Eischend auf dem Feld bis zu 300. Das ist eigentlich ganz geil. Das lassen wir mal. Ying Yang Jung. Ja. Also Yingi von Yang. Also der Bro von Yang. Ja, Ying. Boah, schnell. 305 Prozent Schaden schon. Das ist ganz cool. Ja. Doch, das finde ich gut. Ja, das finde ich gut. Mit dem Lakai so und dem Gegenangriff so. Das finde ich ganz gut, ja. So, Sally. Ja, Sally ist eigentlich ganz geil, ne. Ähm. Weil Sally ist so ein bisschen der Drei-Sterne-Kofu, ja. Und deswegen werden wir Sally auch behalten. Sally müssten wir vielleicht mal leveln. Schreckhock. Den finde ich ja geil, alleine nur wegen dem Namen. Schreckhock. Ja, das ist einfach ein Klopper. Schreckhock ist ein Klopper. So, Füge dem Ziel und Benachbarte. Ja, Angriffserhöhung und so. Ja, bäh, nee. Huhn. Huhn spielen ja viele im Turnier. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Äh, im Event. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich spiel den da nicht. Ja. Von daher kann der für mich raus. Mümmelmann. Ist, finde ich, an sich eigentlich ein ganz cooler Sniper, ja. Von daher lassen wir den mal drin. So. Waren wir da ganz schön aufgeräumt hier. Dann werden wir mal kurz Platz generieren. Mit dem einen oder anderen werden die Augen bluten, aber ich gehe davon aus, dass ich bald wieder Helden kriege. Weil ich beschwöre ja doch ab und zu, ne. Nicht jeden Tag. Andere beschwören mehr. Andere beschwören dafür weniger. Ahn. So. Irgendwo hat doch hier noch der Melendorum gekeimt, ne. Ratsache. So. Weg ist er. Zack. Ja, ich war mir sicher, dass ich einen epischen Helden wegmachen wollte. Und dann nehmen wir noch diese Einsterner da weg. Rats, ratz, ratz. So. Und was haben wir jetzt am Platz gewonnen? Na guck. Jetzt macht es Level noch wieder Spaß, ja. Damit können wir arbeiten. Da kann man jetzt auch wieder ein bisschen Spaß haben. Und, ähm, dann ist das schick. Ja. So kann ich damit arbeiten. So. Mich würde natürlich eure Meinung interessieren, ja. Ob ihr das auch so radikal machen würdet oder auch nicht. Ja. Ich persönlich bin so, wenn ich die sowieso nicht levele. Da waren Helden bei gewesen. Die habe ich jetzt gefühlt seit sieben Monaten. Und da reden wir nicht davon, dass mir irgendein Held im Krieg jetzt massiv weiterhelfen würde. Von daher. Und da der Krieg bei mir Privo hat, ne. Ist das für mich jetzt nicht so entscheidend. Jo. Von daher. Super, dass ihr mitgemacht habt. Eure Meinung interessiert mich. Von daher. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu klimpern, dann haut es doch mal in die Tasten. Und wer weiß. Vielleicht habe ich ja auch was komplett falsch gemacht. Was übersehen. Ja. Vielleicht weiß ich irgendwas nicht. Wie es so ist. Ne. Lasst es mich wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn das wieder heißt, Conor misstet aus. Ja. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.